Mein Name ist Mehmet und heute erzähle ich euch eine Story aus meiner Schulzeit. Das Ganze ist 2009 gewesen, ich war damals auf der Berufsschule und ich muss euch dazu sagen, dass ich erstmal, es gab zwei Berufsschulen, einmal BBS 1, Hauswirtschaft und BBS 2 war so diese Kfz-Mechaniker-Geschichten. Ich war erstmal auf der BBS 2, weil ich mir dachte, was soll ich auf BBS 1, ist gar nicht so meine Welt. Ich will Kfz-Mechatroniker werden, damit ich nebenbei noch so schwarz arbeiten kann und so. Also, erster Tag auf der BBS 2 war sehr, sehr interessant, es waren auf einmal so viele Schüler da. Es war nicht so wie auf der Hauptschule, es war ganz anders, es war viel, viel mehr los. Wie gesagt, erster Tag war sehr interessant, es war eher so Kennenlernen zwischen uns und den Lehrern, Schülern, solche Sachen. Und der zweite Tag, da ging es dann schon ran an die Arbeit quasi. Der Lehrer fragt irgendwelche Dinge über Trecker, Motoren und solche Sachen, ich kenne mich null damit aus, null. Ich dachte wirklich, man fängt bei null an und man lernt alles über Motoren, über dies, über das. Aber 98% der Klasse kannte sich aus. Ich kannte mich null aus, ich konnte gar nicht mitreden, da hat irgendwas gesagt, ich hatte keine Antwort darauf. Nach drei, vier Tagen, es klingelt, letzte Stunde war es, es klingelt, Schule vorbei. Der Lehrer sagt zu mir, Mehmet, du bleibst hier. Ich sage, was ist los? Er sagt, wir müssen kurz reden. Alle gehen raus, ich bleibe sitzen. Er sagt, pass mal auf, entweder du spurst hier vernünftig mit oder du fliegst hier von dieser Schule. Ich gucke hinein, ich so, was hast du denn für ein Problem? Bist du vom Himmel gefallen? Wusstest du sofort, wie alles funktioniert? Er sagt, entweder du arbeitest vernünftig mit oder ich mache den Scheiß hier gar nicht lange mit mit dir. Als hätte er voll den Husky gegen mich gehabt. Ich sage zu ihm, ich bin ehrlich zu dir, das ist gar nichts für mich. Ich kann das nicht. Er sagt, da musst du zu BBS 1 gehen. Da kannst du kochen, da kannst du in der Fleischerei arbeiten, Hauswirtschaft und solche Geschichten. Ich sage, ja, okay. Ich gehe zu BBS 1. Ich erkläre dir die Situation, die sagen zu mir, okay, du kommst in die und die Klasse, da kannst du rein. Ich gehe rein in die Klasse. Richtig, richtig chillige Klasse war das gewesen. So eine chillige Klasse. Und ein paar Kennex-Wander, ein paar Deutsche-Wander. Ich habe mich mit jedem natürlich super verstanden. Und ich war so der Witzigste in der Klasse. Ich war so der Entertainer. Das hat sogar meine Lehrerin damals zu mir gesagt. Sie meinte, du bist ein Entertainer. Du musst auf jeden Fall irgendwas machen, womit du die Leute unterhältst. Ich sage zu ihr, ja, das bin ich. Was soll ich dir sagen? Auf jeden Fall war da ein Mädchen in der Klasse. Sie hieß Pia. Da waren auch so ein paar andere hübsche Mädels, aber ich habe mich am meisten für sie interessiert. Blond. Schöner Körper. Aber jeder Anmachversuch ging einfach in die Hose. Es hat nichts funktioniert. Gar nichts. Ab und zu habe ich so ein paar Witze gemacht. Hier wird es rausgehauen, da ein Witz rausgehauen. Hier was gemacht, da was gemacht. Und ab und zu hat sie so gekichert. Ab und zu hat sie gelacht. Ich gucke sie an und so, hey, funktioniert doch. Endlich kommst du mal ein bisschen aus dir raus. Ich sage, ja, ist gut jetzt. Und war wieder so, eigentlich will ich gar nicht mit dir lachen. Auf jeden Fall diese Pia. Blonde Haare. Schön Körper. Und so ein Hintern. Und ich habe es einfach geliebt. Sie hat mich so angemacht. Das war nicht normal. Auf jeden Fall habe ich dann ab und zu so ein paar Witze gemacht. Sie hat so gekichert. Irgendwann hat sie auch so ein bisschen lauter gelacht. Ich sage, siehst du, endlich kommst du mal aus dir raus. Sie sagt, ja, ist gut jetzt. Ja, nee. Sie wollte eigentlich lachen, aber wollte trotzdem nicht so viel mit mir zu tun haben. Ich dachte mir, was ist ihr Problem eigentlich? Aber Tag für Tag, Tag für Tag, Tag für Tag, Tag für Tag wurde es entspannter zwischen uns. Sie hat mehr mit mir geredet. Sie hat mehr gelacht. Sie hat sich mehr geöffnet. Und ich weiß noch zu dem Zeitpunkt, sie hatte sogar eine Tochter gehabt. Und wir sollten irgendein Thema nehmen. Ich weiß nicht mehr, in welchem Fach das war. Wir sollten irgendein Thema nehmen, worüber wir so ein kleines Referat machen. Und ich habe auf süß ihre Tochter als Thema genommen. So Babys und so. Ich habe so den Namen von ihrer Tochter geschrieben, wann sie geboren ist, welches Jahr und so. Ich wusste ja, wie alt die ist ungefähr. Und dann war ich dran, habe meinen Vortrag so gehalten mit dem Namen und so. Und gucke sie dabei an. Sie sagt, das ist nicht dein Ernst. Nee, ist doch voll süß von mir. Ich mag deine Kleine. Ich liebe Kinder. Dann wurde sie so rot, hat gelächelt. Und irgendwann sagt sie, da waren wir schon im ersten halben Jahr. Sagt sie zu der Lehrerin, während sie mich die ganze Zeit beobachtet, darf ich kurz auf die Toilette? Die Lehrerin sagt ja. Sie geht Toilette und ich denke mir so, verdammte Scheiße. Hättest du mich mal mitgenommen? Zwei Minuten, drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten, sechs Minuten vergehen. Sie kommt nicht. Und in meinem Kopf spielen sich zwei Dinge ab. Entweder sie hat gerade den Durchfall ihres Lebens. Oder sie wartet auf mich. Ich gucke meine Lehrerin nicht so, darf ich bitte auf die Toilette? Ich habe richtig krasse Bauchschmerzen. Sie sagt, ja warte bis Pia wieder da ist. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Sie müssen mich jetzt gehen lassen oder ich gehe einfach. Aber ich will den Respekt nicht verlieren. Bitte darf ich gehen? Sie sagt, geh. Ich gehe. Ich laufe Richtung Mädchentoilette. Ich klopfe so. Sie sagt, Mehmet? Ich sage, ja Pia, ich bin's. Sie sagt, komm her. Ich habe schon die ganze Zeit auf dich gewartet. Auf jeden Fall haben wir uns auf der Toilette sehr, sehr gemocht. Und so kam das eine dann zum anderen. Wir haben mehr Zeit miteinander verbracht. Wir haben privat uns getroffen. Nach der Schule. Auch abends sind wir mal zusammen ins Kino gegangen. Es war richtig, richtig schön. Wir haben uns so gut verstanden. Wie gesagt, sie heißt Pia, sie ist deutsch. Ich bin Mehmet, bin Türke. Und irgendwann wurde es immer ernster und ernster und ernster. Weil ich habe sie schon gemocht. Natürlich, ihr Körper und so hat mir alles sehr gut gefallen. Aber auch vom Charakter her war sie so ein liebes Mädchen. Auf jeden Fall sitzen wir einmal bei ihr zu Hause. Wir sind beide zu dem Zeitpunkt 17 Jahre alt. Sie hat alleine gewohnt mit ihrer Tochter. Wir sitzen auf dem Balkon. Sie hat uns einen Kaffee gemacht. Wir rauchen eine Zigarette. Sie dreht sich ein Jibbit und raucht ein. Sie sagt, willst du auch einmal ziehen? Ich habe gesagt, wenn du willst, dass mein Vater mich umbringt, dann ja. Sie sagt, nein, will ich nicht. Ich habe gesagt, ja, dann pack den Joint von mir weg. Ich will nicht. Auf jeden Fall, sie ist breit. Sie ist breit, sein Vater. Sie guckt mich an. Sie sagt zu mir, soll ich dir mal was verraten? Ich so, sag mal. Sie sagt, weißt du, warum ich mich anfangs nicht auf dich einlassen konnte? Warum das Ganze nicht ging? Ich sage zu ihr, warum denn nicht? Was war denn los? Sie sagt zu mir, ich bin eigentlich in einer rechtsextremen Organisation in Holland. Ich gucke sie an. Ich so, was? Ani, du bist Nazi oder was? Sie sagt, ja, eigentlich schon. Ich so, wie jetzt? Mach doch keinen Scheiß. Sie sagt, ja, doch. Ich so, und das hier? Sie sagt, das hätte es in meinem ganzen Leben nicht gegeben. Ich weiß gar nicht, wie das Ganze so weit kommen konnte, dass ich dich so mag und dich so nah an mich ranlasse und mich in dich verliebe und mit dir eine Beziehung eingehe. Sie sagt, wenn das die Jungs mitkriegen, mit denen ich in dieser Organisation bin, die bringen dich um. Ich habe zu ihr gesagt, Mädchen, keiner kann mich umbringen. Was redest du da? Wer will mich denn umbringen? Sie sagt, glaub mir, du kennst die nicht. Die zerstückeln dich, Junge. Wenn die wissen, dass du mich nur so mit dem Finger berührt hast, ist vorbei. Du kennst die nicht. Glaub mir. Ich sage zu ihr, geht es dir gut mit mir? Sie sagt, ja. Ich habe gesagt, mir geht es auch gut. Also entspann dich und genieß doch einfach. Sie sagt, ja, leichter gesagt als getan. Und wenn die das mitkriegen, du bist am Arsch, ich bin am Arsch, was weiß ich. Es interessiert mich nicht. Solange es nicht rauskommt, lass uns einfach miteinander chillen und uns einfach gern haben. Was hältst du davon? Sie sagt, ja. Sag nicht, dass ich es dir irgendwann nicht gesagt hätte. Auf jeden Fall ein paar Monate vergehen. Ich bin in der Schule. Es ist gerade Pause. Auf einmal sehe ich so drei, vier Männer kommen. So locker zwei Meter, alle vier. Auf jeden Fall, die kamen dann. Erstmal kamen zwei, danach kamen zwei hinterher. Alle zwei Meter Ochsen. Haben solche Alpha-Jacken an. Und laufe auf mich zu. Und dann redet einer mit so einem Berliner Akzent. Äh, moin Dicker. Ich so, ja, moin. Äh, hast du was mit unserer Kleen zu tun? Ich habe gesagt, welcher Kleen? Was redest du da? Er sagt, ja, Pia. Ich so, was ist denn mit Pia? Er sagt, guck mal, pass mal auf, Kleiner. Entweder oder. Ich reiche dir den Kopf ab, Junge. Ich zerstücke dich, schmeiße dich in einen See. Und ich, 17 Jahre alt. 140.000 Cousins. Ich denk so, Junge, wer bist du? Auf einmal gibt er mir ein Ding. Er sagt, das ist diesmal bei dieser Backpfeife geblieben. Beim nächsten Mal reiße ich dir den Arsch auf. Hast du mich verstanden oder nicht? Und das nächste Mal bin ich bei dir vor der Tür und nicht hier bei der Schule. Und deine Eltern und deine Geschwister werden auch dran glauben. Kriegt alle Schläge ihres Lebens. Und ich tauche damit 100 Mann auf, wenn es sein muss. Ey, was soll ich machen? Ich bin 17 Jahre alt. Vier glatzköpfige Penner stehen vor mir. Hätte ich nur falsch gezuckt. Die hätten mich aufgefressen. Ich sag, ja, ist okay. Ich geh in die Klasse. Pia ist da. Pia ist voll rot. Hat Tränen in den Augen gesagt. Was haben die gesagt? Waren die da? Ich hab gesagt, ja, die waren da. Komm mal mit auf Toilette. So als kleine Rache. Auf jeden Fall bin ich dann zu Hause. Ich bin so aggressiv und so heftig unter Adrenalin. Weil der Typ ruft Pia dann an im Nachhinein. Ich hab das gehört. Und sagt, halt dich von diesem Kanacken-Fan. Es muss kein unnötiges Blutvergießen geben. Junge, wer bist du, dass du sagst unnötiges Blutvergießen? Wer bist du? Sag mal bitte. Ich bin durchgedreht. Sowieso dieses Temperament. Versteht ihr, was ich meine? Man ist so aufgewachsen. Viele Cousins. Dies und das. Und hin und her. Man ist 17 Jahre alt. Man ist wild. Man weiß nicht, wohin mit seiner Power, mit seiner Energie. Ich sag zu Pia, guck mal, halt dich da einfach raus. Diese vier kriegen die Schläge ihres Lebens. Sag denen, die sollen morgen wieder zur Schule kommen. Ich hab Ali und die Jungs angerufen. Ich hab gesagt, Cousins, so und so ist passiert. Hier sind vier Leute hinkommen. Die haben mich geklatscht. Die haben mich erniedrigt. Er sagt, ihr müsst hier hinkommen. Er sagt, wir ficken deren Mütter. Die kommen. Die Jungs kamen aber nicht. Ein paar Tage später, die sind in der Schule. Die fragen nach mir. Ich ruf Ali wieder. Ich sag, Ali, die sind hier. Er sagt, bleib wo du bist. Wir kommen jetzt. Ali und die Jungs kommen mit vier Autos vollgepackt. Mit 20 Leuten. Diese vier glatzköpfigen Idioten waren auch wieder da. Und es war wie in einem Film. Ich weiß, gemein mal nicht gemein. Und solche Sachen und unfair und was weiß ich. Die sind auch zu viert auf mich raufgekommen. Und jetzt gehen 20 von mir auf vier von denen rauf. Die haben die Schläge des Todes gekriegt. Des Todes. Die haben gesagt, hol dir eine komplette Organisation. Wir fressen euch auf. Wer und was seid ihr eigentlich? Dass ihr unseren Cousin hier auf der Schule besucht und ihn schlägt. Das funktioniert nicht. Diese Filme gehen nicht. Auf jeden Fall. Die nehme ich mit. Meine Cousins nehme ich mit. Wir fahren nach Hause. Die erklären alles meinem Vater. Mein Vater sagt zu mir, was ist los? Was ist alles passiert? Ich sag zu ihnen, das war so. Ich hab in der Schule ein Mädchen kennengelernt. Wir haben uns gemocht. Wir haben uns öfters getroffen. Es hat sich herausgestellt, dass sie rechts ist. Und in so einer Organisation ist. Und den Jungs passt es einfach nicht. Er guckt mich an. Er spuckt mich erst mal an. Er sagt zu mir, du kleiner Sheriff, es gab es keine andere. Ja, da habe ich natürlich erst mal dumm aus der Wäsche geguckt. Ich musste mir erst mal die ganze Spucke vom Gesicht wegwischen. Und hab zu ihm gesagt, es ist einfach so gekommen. Was soll ich jetzt machen? Mein Cousin und so sagen zu ihm, Onkel, beruhig dich. Er ist jung. Er weiß nicht. Er hat nicht nachgedacht. Bleib locker. Bleib ganz entspannt. Wenn irgendwas ist, ruft uns an. Wir sind sofort wieder da. Bevor er ausspricht, es klingelt an der Tür. Er macht die Tür auf. 50 glatzköpfige Wichser stehen vor der Tür. Mein Cousin macht sofort wieder die Tür zu. Er sagt, holt alle eure Waffen raus. Mein Vater sagt, was ist los? Er sagt, guck mal vor die Tür. Mein Vater sagt, niemand holt hier Waffen raus. Nicht vor meiner Tür. Und erst recht nicht irgendwelche Waffen. Mein Vater nimmt Haustelefon. Er ruft sofort Notruf. Kommt her. Wir sind hier in Gefahr. So und so und so. 50 Leute stehen hier gerade vor der Tür. Rechtsextreme Idioten. Die uns wahrscheinlich umbringen wollen. Polizei kommt. Die fangen an sich mit der Polizei zu schlagen. Wir gehen raus. Wir boxen die auch. Wir und die Polizei gegen die. Ihr hättet das sehen müssen. So die ersten ein, zwei Minuten aber nur. Irgendwann hat die Polizei auch uns angegriffen. Irgendwann lagen wir alle auf dem Boden. Weil gefühlt 500 Polizeiautos da waren. 6000 Polizisten. Und irgendwann lag ich auch auf dem Boden. Mit Handschellen. Schlag auf den Bauch. Und dachte mir, alles nur wegen Pia. Alles nur. Und das Ding ist, ich hab sie ja nicht mal so richtig geliebt. Aber das ist ja auch ein anderes Thema. Es ging einfach nur. Vielleicht wollte sie das gar nicht. Ich glaube, wenn sie sich so wohl gefühlt hätte in dieser rechtsextremen Organisation. Dann hätte sie das mit uns beiden auch gar nicht zugelassen. Sie wusste sowieso, ich kann sie nicht heiraten. Das geht bei uns in der Kultur gar nicht. Sie wusste, mein Vater wird mich kastrieren. Wenn ich sag, ich heirate mit Pia. Die auch noch so aussieht, wie jemand der rechts ist. Ich hab's halt nur ausgeblendet. Und, ja, man, viele Schwerverletzte an diesem Tag. Von unserer Seite, von deren Seite. Mehrere Festnahmen. Gerichtsverhandlungen. Wir haben gefährlich gelebt. Ich konnte alleine nicht mehr raus, die erste Zeit. Pia war auf einmal spurlos verschwunden. Sie sollte wegziehen. Diese Jungs haben sie dazu gezwungen. Die hat auf einmal in Holland gelebt. So richtig, richtig krasse Filme. Auf jeden Fall hab ich dann irgendwann bei Facebook gesehen, dass sie einen neuen Freund hat. Auch so ein glatzköpfiger Typ. Die haben beide so rechtsextreme Dinge gepostet. Und sie hat sich echt so richtig krass dazu verleiten lassen, da in dieser Organisation zu bleiben. Und ich weiß aber, dass sie tief im Herzen mich sehr, sehr gemocht hat und das eigentlich alles gar nicht will. Und deswegen, Leute, passt auf, mit welchen Leuten ihr abhängt. Es soll jetzt gar kein Angriff gegen Deutsche sein oder sonstiges. So wie es Nazis gibt, gibt es auch ISIS. Und wie es ISIS gibt, gibt es auch noch andere Terrororganisationen und irgendwelche rechtsextremen Organisationen. Es ging hier in dieser Geschichte einzig und allein nur um mich und um der wunderschönen kleinen süßen Pia. Das war's von mir, Freunde. Passt auf, mit wem ihr abhängt, mit wem ihr chillt. Lasst euch nicht dazu verleiten, in irgendwelchen Organisationen zu sein, in denen ihr gar nicht sein wollt. Führt nicht das Leben für andere. Lebt nicht ein Leben für andere. Lebt das Leben so, wie ihr euch wohlfühlt und so, wie es euch gut geht. Weil es ist euer Leben. Ich küsse eure Herzen. Wollah, ich küsse eure Herzen. Ganz lieben Gruß an Pias, Freunde. Und ja, folgt mir, mein Bruder Emilio, auf Insta. Und das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Und vergiss nicht zu abonnieren. Euer Saeed Ibrahim. Ich küsse euch noch einen wunderschönen Abend.